auch noch weitermachen oder dann doch aufhören jetzt ja wie weit kommen wir in einer halben stunde machen wir noch voll die halbe stunde ok ja wie wärs wenn ihr euch heilt ach so sorry wir haben ja nur das eine kit so von dings hier was ich kevin so ich habe auch noch eins ich streichle deinen kopf ja ich hab's gesehen dankeschön nicht mehr alle klauen ich renne da gleich auf die treppe hoch die hat gesagt wir können über die dächer das machen ja und er läuft halt gleich unten rum auch schiebt irgendwie ziehen wir wissen viele auf dem dach ja ein bisschen das ist warum ich auch nur um rennen ja ich glaube nicht dass es unten weniger sind also wir können schaden bekommen ich schon wo ich bin ja auch runtergefahren warum schön wenn ihr den großen zu mir runde schießt kein problem nein ich weiß so viel dass Kevin da ist so bisschen was los hier unten ich glaube da ist ein Buben auch auf dem Dach wo ist der denn hin da ist er hin er ist schon ordentlich Leben verloren hier muss ich schon sagen ja scheiße Jockey auf dem Dach ja komm hoch zu mir runter ich fall leider zur anderen Seite runter das ist blöd das ist ziemlich blöd guck mal ob ich da noch hinkomme rechtzeitig ne hinterm Haus hinterm Haus bei dem Baum scheiße ich kann ja nix dafür ich kann ja nix dafür der ist immer noch da ne ich meine ja nur kann sein dass er jetzt vorne rum läuft so Richtung Kevin oder so ich bin im Maus oh doch das ist tatsächlich bei mir sag ich doch hab ich ja kurz mal hier Kevin da kommt ein Boom glaube ich zu dir der hab ich auch so daneben geschossen halt ne kein Boom mehr aber so ein Zieh-Dingsi da drin sind wohl noch äh Bomben und Granaten und sowas oh ja hier auf dem Tisch äh auch nicht schon wieder mein Spiel ist abgestürzt hm das übersteh ich schon was soll denn das wir haben halt echt noch null Leben nur noch nehm mal ein Medikit und wahrscheinlich aaaaaaah wir sind fetter bin mal aufm Klo ich hätte selber n Medikit aber na dann heheheh hehehehehe ach verdammt wo müssen wir denn hin? irgendwo über die Dächer, gell? wo müssen wir denn hin? irgendwo über die Dächer, gell? so kein Plan ich will aber nicht warum muss ich denn immer jedes mal wenn ich raus fliege auch mal den charakter der ich vor gerade erst geheilt als wieder bei null leben oh man 4 hp noch 4hp brauche ich ja auch nix mehr machen ich hab doch noch medikit o und tschüss dir ist klar dass ich bis gerade noch im fenster stand oder ich hab gesagt und tschüss ja gut das lokalisiert natürlich ungemein die rohrbombe das war aber auch der einzige grund wo ich gerade noch einen schritt zur seite gegangen bin weil ich dachte hm oh ich habe noch zwei kugeln mhm aaaaaaah ne ich habe es gerade auch gemerkt weiß noch nicht wo ich bin zu langsam oh nick ist tot aber da hat er immer ne waffe fallen lassen oh da ist ein dicker tschuuu hier waren wir doch vorhin hier kommen wir doch ne jo sieht so ähnlich aus wie das von vorhin da sind jetzt sehr viele zombies auf einmal ne nur gucken ob irgendwo ein dicker ist damit ich den gleich wegsnipert krieg wir können snipern ne 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 ich kann ja versuchen alle wegzusnipen das ist kein thema ne ah da hinten ist einer ja den genau kenn wo ist die weiß ich nicht komm jetzt auch nicht auf jeden fall hinter uns aus dem haus shit da bei mir ist sie ja kenn ich stehe quasi bei dir aber oh jetzt hat mich auch wieder einer erwischt scheiße ne das war's ja ja was lachst du da ist nichts mehr drinnen im schrank ja schwierigheitslevel 5000 ne ne wir müssen das problem ist wir müssen wenn wir die also wenn die auf uns zu rennen so ganz viele müssen wir ganz schnell ins haus zurück um den eingang quasi zu verengen ne weil auf dem freien feld sind es echt zu viele vor allem kann ich mit dem sniper kann ich auf dem freien feld gar nichts machen richtig kannst du zwar die langen typen hinten weg holen aber der rest nicht und wenn es mal so da relativ ähm so irgendwie im durchgang ist oder hier einfach eine rohrbombe oder sowas so juhu dann haben wir gleich ruhe aber guck easy dann gehen wir da übers dach der nick hat ja jetzt schon kein leben mehr lass mal versuchen auf dem dach vielleicht zu bleiben wenn es möglich ist ah ne ja ein kotzer online jumper bin halt nicht bei euch grad bisschen doof nein fuck ach das bist du entschuldigung na fuck okay warum hast du Gavin einfach wieder fallen lassen nein weil ich angegriffen wurde ach so okay okay jetzt haltest dich aus ups dann brauchst du nen kit ja kannst du gerne heilen dann ziehen willst du zweimal küsst dich ja vielleicht kriegt ihr ja wieder eine stelle wo ihr die anderen beiden holen könnt mhm da laufen wir vorbei okay sie sind tot rettung naht ja 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 ne nee danke überlebende retten holst du kalt besuchst es sind reichler mein lieber bei dir am ende hier hier als ob sie sie nicht kennen würden vom sturm erstmal aufs dach ja das ist eine logische so macht man das hallo hier ist ruhe zum innen oder schotze oh nein 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 wieso rennt der dinge aufs dach ja gut also ich bin demnächst tee so wo zur hölle mussten wir nochmal hin hinter uns es sind schon wieder so viele ob ihr irgendwo eine engstelle findet laufen alle an mir vorbei oh das bist du tschuldigung uuuuuhh das ist halt die frage in wieso Richtung müssen wir jetzt lass mal hier langlaufen da waren wir glaubt noch nicht schleich halt nur noch so was war das was hier liegt kevin hier bei mir und draufschießen das sind so ein dings genau 3 defibrillator defibrillatoren ich höre schon wieder irgendwann auch mann immer ich ganz ehrlich wusste denn dahinten kevin ist weiß gott war okay im haus ja wir können ja daraus immer hilfe gebrauchen aber gönn dir ruhig ich bin im haus also ich hab jetzt ein medikind gleich raus hier wegen der wegen der soll verbannst du nötig der nächste schlag bedeutet den tod ja dann geh mal damit zu rumpelt euch mal entgegen oder kommen sie halt lasst euch doch einfach entgegen wird dann schon passen und wir müssen dann nachher hinter dem krankenwagen hier raus auf jeden fall das war nämlich die straße von vorhin wo bist du unten unter der treppe ich kann mich auch mal auf mich abzuschießen mein plan war einfach weil drei defibrillatoren liegen ich töte dich und belebt dich dann wieder aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz so wie ich kann mich auch da kurz killen lassen da liegen jetzt noch die fies rum richtig ich eine sekunde alleine ja genau das habe ich gemeint dieses nachladen ich habe dich jetzt mitgetötet ja ich habe dich jetzt mitgetötet na toll egal das sind drei defibrillatoren ich finde das war ein guter plan ja Marvel dann und alles wäre alle amends tot genau dann kam sie halt ach so ihr seid alle drei hinüber sagt mir das mal ne der nick ist noch da ja aber der nick holt auch keine defibrillatoren wo sind die dinger ich warte die ganze zeit dass man das ding holt und dann sowas also ich bei mir als jahrschuss gestorben ja okay dann darf ich jetzt erst hier runter ins wasser weil das natürlich sehr geil ist kann ich nicht na und ich habe gut du bist schon toll danke okay das wird nichts fuck nein das wird nichts ich habe nicht dass du direkt bei mir um mich trauerst du bist schon wieder geriespawnt deswegen konnte ich dich nicht wiederbeleben zu über sagen was der plan eingefangen hat mit was zitat kevin ich hab drei idee wie es ja genau man sollte vielleicht vorher zusammen sammeln aber okay ja komm wie viel leben wir noch haben will da geht ja gar nix das war der beste plan der welt ja das nächste mal sagt ihr der idioten der euch wiederbeleben soll vielleicht auch rechtzeitig damit der plan auch aufgeht ich wollte dich töten zum wiederwelten naja ich bin schon wieder draußen aber ja das ist ja nicht nur bei warte mal ach geil na die wollen sich ja schon sechs treffen auch gut kann ich nur ein paar mal sterben sounds like a plan so von 90 auf 34 wo genau ich wollte gerade sagen ich will jetzt frau raushängen lassen aber da schwierig wir müssen einfach über die dächer gehen das hat schon sinn irgendwas aber auch irgendwas aber das war nur über die dächer laufen ich glaube ich bin so schlecht wie nach dem jump and run ja ja durchaus ja weit genug um böse sachen zu töten doch jetzt da quer rüber nachher oder ja oh das war vielleicht keine gute idee wie das ist eine antenne na hier rüber hier weiter durch oh hier sind ein bisschen viele oh da kommen wieder ganz viele versuchen in das haus zu kommen geht nicht noch da na Ich glaube jetzt haben wir uns komplett verlaufen. Ne, ne. Alles klar. Na dann. Ich bin normal wie nach. Nach. Kann schon nichts passieren. Ja, nur dass ich gerade drauf gehe aber sonst. Da hat gerade irgendwas gesagt, hier sind wir richtig. Ja, der Flohmarkt hat er gesagt. Vorsicht. Die Defis kommen erst später, wa? Ja. Die kamen. Okay. Oh. Hier hat's ein Putzmittel auf der Küche. Putzmittel? Ja, ist so. Guck da, das sieht doch so aus wie die so scheuermillig oder so. Warte, ich kann gerade nicht. Oh, ich habe sie weggeschossen, sorry. Nicht schlimm. Ich war gerade damit beschäftigt, irgendwas zu töten. Alles gut. Da habe ich die mir malen. Mal warten bis der Sturm durch ist und wieder hier rein. Geht nicht, weil Kevin mal wieder vorrennt. Hm. Der Junge. Einfach mit deinem Arsch bei uns zu bleiben. Ja, oder zu laufen. Wow. Ja, und dann kann ich keiner retten. Ohne dabei selbst drauf zu gehen, weil wir voll ins Getummel müssen. So, da sind jetzt aber wieder die Defis drin. Dann kann ich ja gleich getrost drauf gehen. Oh, diese Tür. Ah, ich habe einen Defi. Irgendwie ist voll dunkel geworden. Wahrscheinlich mit dem Krankenwagen. Da müsste doch bestimmt ein Kit drin haben, oder? So einen Krankenwagen. Wir müssen auf jeden Fall hinter dem Krankenwagen weiterlaufen, weil wir sind nicht davon gekommen. von da gekommen, meine ich. Vorsicht. Das ist ein Großer. Wo heißt bei euch da? Hinter dem Krankenwagen war er. Ist weg. Da ist noch so ein komisches Slime-Ding. Ist auch weg. Cool. Ich habe heute nur noch Schwarz-Weiß-Bild, ne? Aber egal. Okay, dann lass mal hier weiterlaufen. Oh, hier ist ein Dings zum Hochschießen. Mann, das stelle ich glaube gleich mal hier hin. Okay, das war's. Nein, 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 nicht mich. Hm. Wollen wir den Kevin ab? Mit euch. Guck mal hier, nehmt mal einer hier dieses Dings hier mit. Dieses... Dieses... Ah, ich hab's schon. Ah, ich hab's schon wieder irgendwo im Wasser. Ne, du wirst es genau hin, oder? Scheiße. Sind das wieder viele. Oh, das könnt ihr mir jetzt nicht antun, Alter! Kann der denn nicht rennen, Alter? Hey, hier drüben! Ich komm her, ich komm her, ich komm her. Lass dich nicht so runter! Pfff! Verdammt, wir haben mich erwischt. Zehn muss nicht wieder belehnt werden, steht da dran. Waffen, hier drüben! Blöd. Da meint man's einmal gut, und dann ist er einfach noch nicht tot. Hm. Der Spielplatz, hier, ich bin richtig. Äh, der Spielplatz ist halt voller Wichser, ne? Aber sonst? Oh ja, oh ja, oh ja. Komm schon, triff hin, triff, triff, triff! Okay. Okay, das ist festgemacht. Nein! Äh... Okay, ich bin tot. Ich hab noch ein Defi. Praktisch. Wo bist du gestorben? Hier, vor dir. Wo läufst du hin? Hä? Du bist grad über mich drüber gelaufen! Ach da. Da lieg ich doch! Diese schwarze Gestalt! Bzzz! Sie tötet sich halt einfach selbst, wenn sie so im Wasser steht. Naja, aber lassen wir das. Dankeschön! Ich hab, äh, keinen Defi. Warum hab ich keinen? Warum hab ich jetzt gar nichts mehr, Alter? Du stirbst, ist alles weg. Ach so. Ja, ich muss es nur wieder einsammeln, das liegt alles um mich rum. So, ich hab auch ein Defi. Ich hab Brandgeschosse. Ja, dann komm jetzt mal hier, weiter. Schön. Dafür hab ich aber keinen Defi mehr. Ja, so ist es halt. Das war jetzt der dezente Hinweis, dass du doch den Defi holen könntest, Marvin. Aber, okay. Ach so. Ja! Ja, den könnte ich tatsächlich holen. Ich hätte doch Platz. Ja, ne? Korrekt. Aber wir sind ja gleich durch, oder? Sag sowas nicht. Zusammen bleiben, dann steht der hinten wieder einer alleine. Aber hinterher, hinterher, hinterher! Dann komm hier auf die, die Schaukel drauf. Oder dieses. Das war, glaub ich, Branden. Ja. Und komm jetzt die Munition auf einmal? Ach ne, das weiß ich keine Munition. Oh shit, das wollte ich nicht. Ja, was, was? Upsi. Nein! Oh man, sowas hätt's nicht gemeint. Ey, da hinten ist so ein Dingsbums. Ah, ich bin auch ein. Danke. Hab ich. Oh, sorry. Ja, das Branden Munition hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Was? Ich bin glaub verbrannt. Ist auch geil, dass jetzt Nick zu... Ach so, ich steh ja noch. Vergiss es, vergiss es. Alles cool. Habe ich da gerade Schutzraum gehabt. Ja, ich geh mal in. Ich geh mal in. Ich geh mal in. Ich geh mal in. Wuuu. Sind wir doch wieder durchgekommen. Ich geh zu. Jaaaa. Wup, wup. Ist das jetzt gut oder schlecht? Witzjäger, direkt mal sieben. Schad. Mach. Ich muss mal ganz kurz pinkeln, bin gleich wieder da. Ich ziehe dir. Ich nehme. Ich nehme. Ich nehme. Und hier. Ja. Ich nehme. Ich nehme. Ich nehme. Bis zum nächsten Mal.